...von Plastik auf den Kärbelrechte. Hier vordern die Reduktion vom plastischen Schrittweiten-Aufriff bis hin zu einem endgültigen Verbot 2025. Das Plastik ist ganz weit. Stoppt die Plastikplastik. Wir als österreichische Plastik gehen heute gemeinsam in diese Veranstaltung gegen die Verleuzung unserer Erde. Wir selbst sind unsere Industrienationen. Wir produzieren Müll, wir exportieren Müll. Der indische Oteam hält an unserer Patte. Und endlich, heute für Österreich, der Plastikplastik für Germann Bothe. Wir Glocken, Magistrische, die gemeinsam gegen Plastikplast und die Worte im Norden-Gemalt unterirdisch. Gut bei Plastikplastik. 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 Stoppt die Plastikplastik. Stoppt die Plastikplastik. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam schaffen wir es. Gemeinsam machen wir die Fehler gut, die hinter uns, links und rechts von uns passieren. In den Regierungen.